hallo freude und hier bin ich wieder mit der legend of k anniversary und es geht der zweite leute wir sind schließlich da wo wir ein tor öffnen müssen und vielleicht ist da schon der endboss oder vielleicht schon ich weiß nicht ob schon der endboss ist also minister schuhen das ist der gorilla falls die jetzt noch mal fragen wer das ist und ja ich öffne mal die tür ich mache jetzt mal die sache nicht noch mal noch spannender als sonst ich mag sie jetzt mal auf ok gut wir haben im letzten part einen epischen kampf gehabt also ich war nicht aber er war extrem schwierig und da habe ich mich ganz schön gut angestellt oder leute habe ich mich gut angestellt etwa das war extrem gut oder ok naja irgendwie halt nicht aber war auf jeden fall ganz schwer zu lang was machst du denn hier okay weiter bin ich nicht gekommen das scheint hier ihre letzte verteidigungs linie zu sein dann sind wir schon dicht auf den fersen ganz sicher ja er kann nicht mehr weit sein wenn wir hier scheitern war unser ganzer kampf umsonst keine sorge das wird nicht passieren garantiert pass auf dich auf klar wir sehen uns später nachdem ich schon ein stück zerlegt habe je eher desto besser okay suche mir doch recht die letzte linie der verteidigung okay die letzte linie leute so leute und dann erwarten mit die sachen ja wie die sachen das werde ich bestimmt brauchen hermit ist auch nicht auf jeden ja okay springe einfach daneben okay ich bin in die lava reingefallen nicht wunder warum ich dann noch missbrauchen okay so okay jetzt aber jetzt schaffen wir das jetzt haben wir ein paar bienen da ist ein beserker dran oder ist ein beserker dran ich ja das war wieder knapp man okay springte mir irgendwie so keine ahnung egal wo das ist oder da müssen wir uns beeilen leute da müssen wir uns beeilen da müssen wir ja wie schnell ist die lava dann gekommen okay ich muss anscheinend wollen so wenn ich jetzt da war ich nicht oder da schon hast du doch da war ich okay ganz schnell rollen schnell rollen schnell rollen ist es am schnellsten ich weiß es nicht aber wir müssen wollen ganz schnell rollen ganz schnell rollen ist die lava noch hinter uns ich denke schon ich denke schon ich kann schon mein kontroller erzählt hat das ist nicht gut nein okay noch nicht fertig nein okay 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 ich wollte noch sicher gehen das sind nur die einzigen da setzen weil schließlich jetzt nie so in kampf okay das ist trotzdem fließ obwohl eigentlich nichts ach man kommt okay so 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 Ja, ja, ja. Okay, ich habe mich ein bisschen auch wieder konzentriert, weil, ja, ich darf sie nicht mehr unterschätzen, Leute. Ich darf sie jetzt wirklich nicht mehr unterschätzen, weil die sind extrem hart geworden, die Gegner. Ah, ah, wow, wow, das war ein bisschen knapp, okay. So, Moment, gibt es denn noch irgendwas? Da drüben geht es irgendwas. Wehe, das ist jetzt nichts Gutes. Wieso leckt das irgendwie so komisch? Also die Krimrate geht extrem runter. Achso, das ist nur ein Schlüssel. Okay, ich verstehe. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, wir haben es geschafft, okay. Ist jetzt darüber mit uns? Okay, so. Ähm, okay, okay, gut. So, dann geht es weiter. Das kann nicht sein. Das ist zu klein. Löse den Alarm aus, dem Eindringling hinterher. So, dann geht es weiter. Okay, das wird, Leute. Oh, das muss ich sein. So. So, also kurz ein bisschen wieder Konzentration, weil, wie gesagt, man darf sie jetzt nicht mehr unterschätzen, Leute. Nicht mehr unterschätzen. Weil die sind extrem hart. Extrem hart. So, da. Aber jetzt, jetzt geht's wieder, Leute. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich wieder den Dreh raus, wieder. So. Und da ist ein Halt dran. Das ist gut so. Okay. Und da kommt die nächste Ladung, Action. So. Das ist eigentlich nicht so schwer, wie es aussieht. Außer wir haben jetzt Bongo. Was höchstwahrscheinlich ist. Aber, ja, genau. Aber, das schaltet sich gegenseitig aus. Das ist auch gut. Ah. Uh. Ah. Das ist nicht gut. So, Halt dran nehmen. Ich will jetzt nicht sterben, Leute. So. Zack. Weg da. Man, wir müssen zwar mit low leben. Also, wenig leben. So. Aber weg da. Ah, Mann. Ah. Wirft es doch mehr bomben. Kommt schon. Okay. So. Jetzt kann ich mal die einsetzen, weil so viele sind ja auch nicht mehr. So. So, das war es jetzt auch schon, denke ich, oder? Ja. Gut so. Gut so. Okay. Wow. Wird echt heftig am Schluss noch. So. Das ist ein Herz. Oder ist ein Schlüssel. So. Gibt es noch irgendwas anderes? Wo leben wir sowieso? Mhm. Nee, okay. Warte mal. Das sieht so aus. Ob mal. Nee, okay. Sieht nicht so aus. Das kann man kaputt machen. Okay. Dann geht es mal zum nächsten. Ich glaube, das war schon. Oh, nee, noch nicht. Okay. Okay. Noch haben wir noch nichts. Die letzte. Äh. Äh. Vorsicht sein. Okay. Das kann es vorsichtig sein. Es wird zum Schuh kommen, Leute. Schon. Wird. Ganz schön heftig sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was kommt denn da noch auf uns? Zu. Okay. Mhm. So. Moment. So. Ah man. Das ist extrem schwierig. Warte mal. Da hinten ist was. Jetzt müssen wir uns gut einschlüsseln. Okay. Wow. Habe ich mir irgendwie gedacht, dass jetzt ein Schlüssel drin wäre. Das hätten wir irgendwie vielleicht zurück müssen. Okay Leute. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz. Mann, das ist so fies. Die Plattform bewegt sich extrem schnell. Okay. Aha. So. Hm. Ah. Langsam. Ganz langsam. Wir kriegen das schon hin. So. Gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Komm schon. Komm schon. So. Warten, warten, warten. Und jetzt? Äh. Wieder zu früh gesprungen. Okay. So. So. Gut, wir sind oben. So, den Schlüssel haben wir ja schon. Ne, ich warte noch ab. Ich warte noch ab. So, jetzt komme ich rüber. Ah. Nein. Nein. Ich war schon oben, Mann. Okay. So. Ach, Mann. Am Schluss hat man... Irgendwie habe ich jetzt total den Druck am Schluss. Irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Okay. So. Noch zwei Herzen habe ich noch. Ich sollte mich gut anstellen jetzt. Ich sollte mich extrem gut anstellen jetzt. So. So schwer ist das auch gar nicht. Ich stelle mich nur gerade ein bisschen... komisch an. So, Moment. Okay. So. Geh doch. So. Warte mal. Erst mal die Vasen noch schnell öffnen. So. Ja, da ist eh schon... Der nächste Abschnitt. Letzte Verteidigungslinie. Ach so. Pass auf, du Milchgesicht. Glaub bloß nicht, dass du an mir vorbeikommst. Okay. Jetzt wird es extrem heftig, Leute. Ich habe extrem wenig Leben. Geh doch. Nee, Mann. Wieso ist meine Steuerung verkehrt? Ist da auch eine Spinne? Dabei. Ja, klar. Machen wir es noch fieser. Okay, aber jetzt. So, Moment. Jetzt haben wir so ein... Das geht schon, Leute. Das geht schon, Leute. Es ist nur die Ausschaltung so schnell wie möglich. Und wisst ihr, was gut ist? Wenn man so hin und her schwingt, dann wird man immer stärker. So. Und ich muss jetzt einfach nur schwingen. Schwingen. Ich bin ja die Katze. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Warum habe ich das früher nicht gemacht? So war... Ist eigentlich total gut, Mann. So. Zack. Okay. Aber wir haben es schon geschafft, Leute. Wir haben es schon geschafft. Wir haben es geschafft. Die Verteidigungslinie haben wir besiegt. So. Ah. Gibt es ja keinen Shop irgendwo so halt zuzufällig. Da, willst du doch beim Bosskampf, bevor der Bosskampf beginnt. Also der Endbosskampf oder so. Vielleicht noch einkaufen gehen oder so, ne? Weil... So, wir haben es jetzt geschafft. Die letzte Verteidigungslinie. Und damit... Weißt du was? Ich gehe jetzt weiter so. So, jetzt sind wir ganz oben auf der Vulkanspitze. Und ja. Das gucken wir jetzt erstmal an. So. So, schon. Wo bist du? Aha. Okay. Ende wird nochmal gut versorgt. Das ist gut. Oh, da soll ich mir das... Da ist ein Shop. Cool. Willkommen in meinem Laden. Ich bin ein alter Mann, aber ich habe ein paar nützliche Sachen hier. Zu Spottpreisen. Schlecht bei Kasse, gut im Kampf. Sieh dich nur um. Du kriegst dir eine ganze Menge für dein Geld. Cool. Er hat noch die... Dinger, so... Also Herzcontainer. Ja, her damit. Los. Das brauche ich für den Kampf. Einen neuen Magie-Container. So. Genau. Und da ist eine Ausrüstung. Die kann ich mir nicht lassen, anscheinend, oder? Doch, die kann ich mir reißen, Leute. Am Schluss kämpfen wir mit so einer coole Rüstung. Ich bin elegant und sehr robust. Ich bin bekannt für meine erstklassige Rüstung. Oh ja, das bist du her mit der Rüstung. Ja, her damit. Oh mein Gott, Leute. Jetzt. Ein bisschen... Oh. Okay. Aber wir nehmen einen Manotrinke mit. Dieser Magietrank schmeckt vielleicht wie flüssiges Seegemehl, aber er belebt und erfrischert ihn geistet. Obwohl, ich hätte mir das kaufen sollen. Habe ich so viel Geld gekauft? Ne, ich glaube nicht. Okay, aber... Ja. Ich bin nicht zufrieden damit. So, ich bin nicht zufrieden damit. Oh mein Gott. Wie mir aussehen. Das sieht extrem cool aus. Extrem cool. Okay. Extrem cool. So, okay. Jetzt gehen wir noch da rüber. Und holen uns... Ah, ein Mana-Drang. So. Okay. So. Und da ist noch ein... Ein, 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 ein... Äh, 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 halt rein. Ups. Ach nee, jetzt habe ich schon eins verschwindet. So, okay. Wo gehst du denn da lang? Gehst du schon zu Bossfalt? Aha. Gehen wir schon hin, oder? Hm. Das ist extrem sch... Äh, äh, extrem. Extrem. Ist noch ein... Magie dran? Brauche ich ja anscheinend extrem viel Magie. Also, anscheinend, weil... Es wird ganz schön heftig, Leute. So. Okay. Aber, Leute. Ich mache mal kurz einen Schnitt rein, Leute. Ja, ich mache mal einen Schnitt rein, Leute. Ob das vielleicht ein Part war, oder vielleicht, ob ich... Ob der... Ob ich noch was dazu schneide. Dann wird es ja eh sehen. Also, ich sage dir mal, falls es noch weitergehen würde, dann sage ich mal Tschüss, Leute. Bis dann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Kay Anniversary.